Ich glaube, zu wissen, wie es geht, ne? Aber sicher bin ich mir natürlich da immer noch nicht. Ich glaube, zu wissen, wie es geht. Ich glaube, zu wissen, wie es geht. So, jetzt muss ich schnell schießen, weil ich muss schnell erhittern. Das ist eigentlich schon Schauerstoff. Sieht man da überhaupt was? Ich check das gar nicht. Das war jetzt eine Sache, wo ich denke... Das Ding hier einsammeln. das Ding hier einsam. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Oh, das ist invertiert. Ach du Scheiße. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Achtung, Höhlen-Hentikrität bei unter 50 Prozent. Achtung, Höhlen-Hentikrität bei unter 50 Prozent. Das geht so nicht. Das geht so einfach nicht. What? Ich kann doch nicht invertiert spielen. Jetzt muss ich erstmal an die Option, ob man das überhaupt einstellen kann. TK-Modul. Brotkrümel. Alles klar. Warte, das ist die Y-Achse. Das heißt, versuchen wir es mal so. Genau, Isaac. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Höhlen-Integrität im Auge. Wenn zu viele von den Dinger vorbeikommen, sind sie tot. Sie haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Behalten Sie die Höhlen-Hentikrität bei unter 50 Prozent. Behalten Sie die nachよう an. Ich hab noch eine Minute, dann wird es wieder funktionieren. Achtung, Unmütikität kritisch. Wir würden das schaffen. Das ist krass. Und vor allem mit dieser scheiß Maus. Die ist ja bald am kaputt gehen. Weil nachher mache ich die auch noch kaputt. Nein, nicht speichern, nicht speichern, nicht speichern, nicht speichern. Nicht speichern. Ja, komm. Scheiß drauf. Das habe ich doch getroffen, das Ding. Okay, jetzt läuft es auf jeden Fall mal ein bisschen besser. Nur noch eine Minute, dann soll es wieder funktionieren. Achtung, Höhenintegrität bei unter 50%. Ich habe das Ding gleich repariert. Nur noch einen Moment. Achtung, Unmütikität kritisch. Das war fucking knapp. Die Zielerfassung ist wieder online. Mit uns den Weg in den sicheren Orbit freischießen. Sobald wir das Feld hinter uns gelassen haben, gehe ich wieder auf Autopilot. Wir treffen uns an der Monorail-Station, wenn ich fertig bin. Das war jetzt nicht so mein Ding. Nein, nicht da. Nicht da, nicht da. Zack. So jetzt, du. Boah, das kostet Nerven. Ein nervliches Fack, ne? Entritt, Schwerelosigkeit. Der ist doch tot. Das heißt gar nicht, da kommt bestimmt jetzt irgendwas Fettes. Oder vielleicht auch nicht. Runde der Schwerelosigkeit. Runde des Vakuums. Boah. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das Ganze weg mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Es hört nie auf. Es hört nie auf. Es hört nie auf. Erstmal speichern. Puh! Das hat mich jetzt schon ein bisschen... Von wo? Boah, das sind fiese Dinger, sage ich euch. So. Haben wir jetzt. Hä? Das hat man. Mal sind wir da. So. Nein, wir haben keine Munition mehr. Shit. Das Inventar ist voll. Uh, jetzt muss ich dann aufhören. Oh je. Ich glaube wir müssen das weg machen. So, nächster Speicherpunkt hören wir auf. Warum können wir das noch nicht machen? So Waffenslots voll, ne? Oh je. Okay. Ich hoffe, dass es hier einen Speicherpunkt gibt. Ich weiß es leider nicht mehr. Ah! 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 Was war denn das? Ach geil! Perfekt! Yes! Sehr geil Das passt perfekt in die Zeit Als wäre es so gedacht gewesen Ein Kapitel Perfekter geht es eigentlich gar nicht Sehr schön So würde ich das haben Genau so und nicht anders So und das war es von dieser Session Beziehungsweise für diesen Part Ich hoffe es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal Mir macht es echt Spaß Obwohl es manchmal echt viele Nerven kostet Das merkt ihr auch Ja aber das war es jetzt Bis zum nächsten Mal Tschüss